Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TrainStation Renovation hier aus die GameStudio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben hier natürlich jetzt noch einiges zu tun. Wir müssen den Bahnsteig noch fertig machen, nachdem wir sozusagen die Bahnhofshalle und das Bahnhofsklo haben wir auch schon einmal durch... Die Tür, die scheint noch ein bisschen zu hängen, dann durchgearbeitet. Das kann man hier irgendwie nicht sauber hinstellen, vielleicht müssen wir das auch einfach das Ding umdrehen. Und andersrum davor stellen. Ich glaube, das ist sinnig, ne? Ja, warte mal. Da wenden wir doch mal die Tür. Machen wir da doch mal eine Wendetür draus. So, legen. Ah, siehst du schon, ist der Schlitz viel kleiner. Na gut, okay. Aber das lassen wir jetzt erstmal so. Geht ja auch so. Wir haben ja alle Elemente gebaut, die wir brauchen. Und, gut. Heißt also, wir gehen jetzt erstmal hier raus, ganz kurz. Ich weiß gar nicht, warum der so komisch leuchtet. Äh, haben hier noch unseren normalen Müllcontainer, ne? Das ist alles noch ganz okay soweit. Hier haben wir noch einen Reifen, den können wir zu unserem sortierten Container bringen. Da können wir nämlich noch ein bisschen Geld mitverdienen. So, zack, jetzt schmeißen wir es mir hier hin. Jetzt müssen wir das erstmal aufmachen hier. Ah ja, das ist ja noch sehr übersichtlich. So, und der Reifen kann... Na, kommen Sie mit hier, junger Mann. So. Der kann hier reingeworfen werden. Zack, unser Lichter da drinnen und bringt mir 120. Ähm, was haben wir eigentlich? Währung, Dollar, haben wir. Ja, sehr interessant, dass ich hier in, äh, doch polnisch klingenden Namen, also Kleinjowice, das würde ich wirklich sagen, äh, dass das ein bisschen polnisch ist, dass wir da wieder mit Dollar arbeiten. Dass die das nicht mit Euros machen? Naja, gut. Haben die nicht? Die haben doch auch einen Euro, oder? In Polen? Ja, ne? Die haben einen Euro. So, hier haben wir wieder ein paar Holzkisten. Die können wir anheben oder auch nicht. Wir können aber natürlich auch einfach mal die Axt nehmen. Und die Sache hier einfach klitz und klein hauen. So. Dann haben wir auch einen Pizzakarton noch. Und hier haben wir natürlich noch einen... Achso, dann muss ich jetzt wieder die Flossen weg. So. Hier haben wir noch einen grünen Sack. Der grüne Sack an sich. So, den sammeln wir jetzt hier vorerst mal. So, dann machen wir nämlich hier hinten erstmal die Ecke sauber. Damit die schön aussieht. Damit wir dann hier auch fertig sind. Gehen wir noch... Ne, da liegt nichts mehr. Hier ist noch... Was ist das denn hier? Ah, ja, guck an. Da liegt noch eine Tasse rum. Hm, wer stellt hier eine Kaffeetasse hin? Na gut. So. Wollen wir uns nicht weiter darüber beschweren. Hat halt einer gemacht. Da lag noch ein Stein rum. Hier liegt noch ein bisschen Papier rum. Das können wir mitnehmen. Und hier liegt noch ein Tönnchen rum. Das können wir auch mitnehmen. Ich meine, theoretisch könnte man es auch zerklopfen, glaube ich. Oder sowas. So. Erstmal da hingepappt. Nehmen wir noch Reifen wieder. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen schmeißen, ne? Na ja, egal. So, hier nehmen wir mal ganz kurz die Axt wieder. Ein paar Leiten weg. So. Oh. Jetzt haben wir bald nur Fuß gehackt hier. So. Stuhl weg. Und dann nehmen wir die Hände in die Hand. Und dann nehmen wir die Hände in die Hand. Was ist das denn für... Naja, schöner Deutsch. Ähm. Gut. So. Dann wollen wir hier noch ein bisschen was machen. Und dann noch ein bisschen was bauen. Abreißen. Und dann haben wir hier natürlich Graffitis. Das sieht ja merkwürdig aus hier. Dann haben wir da einen Ladefehler. Na gut. Egal. So. Wir brauchen auf jeden Fall den Wischmopp. Machen wir hier mal mit dem Wischmopp. Keine Ahnung. Hast du irgendwie... Ich glaube, das ist nicht ganz richtig hier. Oder? Muss das dann dran sein? Hm. Naja. Kann ja möglich sein. Gut. Dann haben wir hier nochmal so einen schönen Anker. Der bringt ja auch die Liebe zur See zur Geltung. Und das finde ich fast schade, dass ich das überbeschmuppen muss. Aber die Mermite muss gehen. Ähm. Wir sind hier nicht in Kopenhagen. So. Warum sage ich Kopenhagen? Genau. In Kopenhagen gibt es nämlich... Oder das ist halt eigentlich die Stadt der Meerjungfrauen. Und dort gibt es einen Meerjungfrauenbrunnen. Also wirklich einen richtigen Brunnen. Der halt eben ohne Meerjungfrauen ist. Ne? So. Falls ihr das noch nicht wusstet. Aber... Ne? So klein bisschen Bildungsauftrag haben wir ja dann doch noch. Äh. Auch wenn ich den nicht immer ernst nehme. Und man mich eigentlich auch nicht unbedingt ernst nehmen sollte bei solchen Sachen. Aber... Ähm. So ein paar Sachen weiß ich dann doch noch. Da hat sich so ein bisschen Allgemeinbildung hat sich so ein bisschen angesammelt. Vielleicht sollte ich auch mal... Ich überlege immer die ganze Zeit, ob ich nicht mal zum Jauch gehe. Und mal einfach mal ein bisschen testen lasse von ihm. Um mal rauszufinden, ob oder ob ich dann nicht ein bisschen Geld mitverdienen könnte. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich meine, eine Finanzspritze von 16.000 Euro wird mir ausreichen. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Da kann man ja schon ein bisschen was mitmachen. Und Anker, Anker, Anker. Und hier hinten haben wir da was. Anni sprüht die an. Der Krake. Der Krake schlechthin, ne? Den nehmen wir jetzt mal als Motiv noch. So. Und dann wird er weggewischt. So. Hier sind die Graffitis leider nicht erwünscht. Die müssen weg. Auch wenn sie, sagen wir mal, optisch recht ansprechend waren. Also muss ich eigentlich sagen, hier die Graffitis haben mir sehr gut gefallen eigentlich. Da hätte ich gerne auch welche von dran gelassen. So. Hier haben wir noch so einen Heizkörper rumfliegen. Aber da kann ich jetzt auch nichts mitmachen. So. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Unkraut absammeln. Das Schöne ist, da rennst du einfach dran vorbei und klickst mit der Maus und schon hast du das angesammelt. Und dann können wir dann auch hier von den Steinen, das muss auch noch absammeln, ne? Also der Parkplatz gehört mit zu dem Bereich, den wir reinigen müssen. Ich weiß nicht, ob ich das Auto da noch abschleppen muss, aber naja gut. So. Hier liegt auch noch ein bisschen Kartonage rum. Hier vor unserem Auto. Guckt mal hier vor unserem Auto. Zack. Liegt einfach so ein Karton rum. Schön sieht das aus. Gott, hat es mich gerade erschrocken. Oh ja, echt. Was war das? Ei, ei, ei. So. Und hier liegt noch eine Dose Thunfisch rum. So. Da gab es schon wieder 4.000. Ach, guck mal hier. Jetzt haben wir auch wieder alles hier drauf. Okay, jetzt haben wir auch die Schläuche wieder drauf. Auto ist ein bisschen eingesackt da vorne. Ist ein bisschen matschig hier, der Parkplatz. Naja, gut. So. Hier haben wir noch einen Stuhl. Den machen wir jetzt erst mal platt. Packack. So. Dann haben wir hier noch ein Kartonage. Ah, das kann ich so aufnehmen. Keine Ahnung. Okay, manchmal jetzt. So. Ne, zerstören möchte ich das jetzt hier nicht. Ich möchte das einfach mal in die Hände nehmen. Weil du bringst mir 120 Geld ein. Warte, ich muss auf die Seite gehen. Und 120 Geld haben oder nicht haben. Das finde ich schon ganz okay. Warte mal, ich muss doch mal ein bisschen nach. Ein bisschen so drehen. Okay. Rinder. In die Büchse. So. Und dann haben wir hier nochmal 120 Dollar rumliegen. Wie wir da einfach reinlegen können. Zack. Sehr schön. Gut. Dann haben wir hoffentlich hier außenrum jetzt alles fertig. Dann werden wir uns mal um den Bahnsteig kümmern. So. Den ganzen Müll und Schrott, den wir hier drauf haben. Ich werde das jetzt hier trotzdem mal... Weil das einfach... Der Größe wegen... Das werde ich jetzt nicht zerstört kriegen hier, ne? So. Das können wir aber kaputt machen. So. Gut. Okay. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen was einsammeln müssen hier. So. Dann kommen wir mit blauer Sack. Oder warte mal. Wie weit kann ich dich denn werfen? Und hier doch. Immer so Stück für Stück alle da hinwerfen. Guckt mal noch vorwärts. Kann ich auch so eine Schiene so weit werfen. Wow. Wir sind ja richtig gut. Ich darf doch bloß nicht oben aufs Dach werfen, ne? Darum komme ich im Leben nicht mehr hin. Na gut, okay. Ein bisschen Spaß muss sein. Sprach Wallenstein. So. Gut. Einmal noch Papier da rein. So. Hier machen wir auch nochmal einen Papiersack. Den alten Sack. So. Ne, warte mal. Komm mal ein bisschen näher wieder hier ran. Runter. Okay. Okay. Das war schon sehr, sehr, sehr interessant. Schon ein bisschen ausgerastet, der kleine blaue Sack. So. Okay. Und dann den da hinten wieder rein noch mit. So. Und dann nehmen wir den hier. Grünen Sack. Den könnte man drehen. Ich glaube, da ist ein kaputtes Klo drin, so wie es dann angehört hat. Ähm. So. Dann haben wir hier noch ein Säckchen. Ne, äh. Wollen wir mal raus da? So, so, so. Na. Passt nicht durchs Loch. Was ist denn mit dir los? So. Ein dicker Sack. So. Dann würde ich doch hier noch ein bisschen. Lochbuchse hier im Kniff. Ne, ne, ne. Da haben wir nicht rein. Ne. Hier rein. Na gut, okay. Dann, der verstopft das schon mal ein bisschen was. Gut. Dann nehmen wir den Sack hier noch. So. Schauen wir mal auf den Kopf. Ich würde den ja gerne reinwerfen, aber... Na gut. Viel voller kriegen wir es nicht. So. Gut. Dann haben wir hier noch einen schwarzen Sack. Den müssen wir natürlich außen rum bringen. Hier zu unserem anderen Container. Da haben wir ja noch genug Platz drin. Ich meine, ich kann auch den Restmüll da reinschmeißen. Das ist ja nicht auch scheißegal. Ähm. Also auch die Tonne und sowas. Oder wenn ich es zerstören kann, kann ich es auch zu... Oh. Das ist ein bisschen nah, wie sich. Ich sehe gerade nicht, wo ich langlaufe. So. So. Gut. Haben wir noch einen schwarzen Sack hier? Ne. So. Dann haben wir hier noch einen gelben Sack. Sind doch nochmal drei Stück. Wofür kriege ich da glaube ich gar nicht mehr reingebuxiert hier? Ah ja, das war noch ein teurer Sack. Okay. So. Dann nehmen wir den Sack hier noch mit. Einen da mit. Und dann haben wir hier noch ein Säckchen. Nein. Falsches Loch. Vielleicht kriegen wir die Metallschiebe da noch reingeschoben so ein bisschen. Mal gucken, dass das vielleicht ein bisschen geschoben und gedrückt wird. Also mal anvisieren. Wunderbar. So, noch so ein Ding gesehen hier. Warte mal. Da war noch so ein Ding. Passen wir schon mal gleich so an hier. So. Dann versuchen wir den mal da genauso da rein zu buxieren. Geht. Wunderbar. So, dann versuchen wir die Heizung mal. Ein bisschen hochkantig. Nein, die will nicht. Na gut, wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Ich hoffe, ich muss da drüben jetzt nicht Geld bezahlen dafür. Aber ich glaube, da drüben kann ich alles reinschmeißen. So. Ah, okay. Wollte gerade sagen, warum nimmt er den nicht an? So, gut. Okay. Dann haben wir noch ein Tönnchen. Das können wir auch da hinten rein. So. Den haben wir zwar kein Geld dafür, aber es ist weg. Und ich muss aber jetzt nicht den hier einmal leeren und dann habe ich dann da irgendein Problem oder so. Dann werden wir die hier auch gleich zerhacken. Mit Schlüssel nicht, mit der Hackst. Falls noch mal ein Sack bei rauskommt, dann kommt noch mal ein Sack bei raus. Aber das glaube ich eher weniger. So, das können wir auch noch zerlegen hier. Und was haben wir denn noch hier hinten? Das ist eine Tonne, aber ich glaube, die kriege ich nicht zerstört, ne? Ne, die kriege ich nicht zerstört. Gut, die müssen wir dann nochmal mitnehmen. In den Müll stecken. In den Müll stecken. Und dann brauchen wir, glaube ich, auch bloß noch hier ein bisschen sauber machen. So. Gut, dann werden wir jetzt in diesem Container hier entleeren. Beziehungsweise halt löschen. Und wieder verkaufen. So. Gut. Dann haben wir jetzt hier noch den großartigen Auftrag, dass wir hier jede Menge Bänke unterbringen müssen. Wir müssen zwölf Bänke oder Stühle hier unterbringen. Da kaufen wir mal ein paar Bänke. Im Shop 1, der Müll ist Bänke, das wird gar nicht mehr so billig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, noch fünf, zehn, elf, zwölf. So. Und die wollen wir jetzt mal hier einbauen. So, dann drücken wir mal der 1. Dann wenden wir die erstmal noch ein bisschen. Kann ich die nicht auch so wenden? Ne, ich kann die nur drehen. Okay. Und gleich gucken, ob ich die auf den Kopf stellen kann. Wäre natürlich totaler Blödsinn, aber hey. Probieren muss man alles mal. Wenn man so ein Spiel so ein bisschen aus dem Takt bringen kann mit solchen Sachen. Kann man es ja wenigstens zumindest mal probieren. Und dann kann man sagen, ja gut, haben wir probiert. Funktioniert einmal ein Freidybank. Kann man hier wunderbar hinstellen. So, ran an den Pfeiler. Hier auch, ran an den Pfeiler. So. Und jetzt habe ich immer noch vier Bänke über. Aber die will ich uns gerne auch unter ein Dach stellen. Irgendwo ein bisschen. Also da muss Müll hin. So, wo machen wir die anderen Bänke jetzt hier hin? Ich habe gar nicht mehr so viel Platz hier, wie ich hier eigentlich gerne hätte. Kann ich jetzt hier noch? Doch hier kann ich, kriege ich noch eine unter. Auf der Seite vom Pfeiler. Kriege ich wahrscheinlich auch da hinten noch eine unter. So. Könnte auch noch überdacht sein, ne? Ja komm, dann stellen wir da zwei hin und dann ist es gut. Die eine hat nicht überdacht. Da kann man sich dann ein bisschen Regen einfangen. Oder einen Schnuppen holen. Je nachdem, was einem am liebsten ist. Da wollen wir ja mal keine eine Vorschrift geben. So. Vielleicht möchten ja auch welche hier schön in der Sonne sitzen. So in der... Flugzeuge. Hm. Naja. Ähm. Schön in der Sonne sitzen und einfach hier sich wohlfühlen. So. Hier ist so ein Unkraut. Kann ich das rausziehen? Ne. Gut. Dann gehört das da hin. So. Was haben wir denn noch Schönes hier? Müllcontainer. Sechs Müllcontainer. Zwei Abfahrtstafeln. Kann ich mir das merken? Ich weiß es nicht. Müllcontainer. Sechs Stück. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. So. Abfahrtsdinger. Hier. Ticket bei Automaten sollen auch noch hin, ne? Abfahrtstafeln. Zwei Stück. So. Gut. Dann Müllcontainer. Vier Müllcontainer. Mache ich hierhin hin. Da einhin. Da am Ende einhin. Und da am Ende einhin. Oder? Ah. Jetzt hat das Tablet die ganzen Hand genommen. Das wollte ich gar nicht. So. Und hier einhin. Hier einhin. Und da am Ende von der ganzen Schose hier einhin. Und da hinten am Ende von der ganzen Bankreihe ein. Ich will keinen Container mehr hinstellen. Aber den will ich auch nicht mehr hinstellen. So. Aus dem Deckel wäre natürlich auch blöd. So. Durch. Noch zwei Müllcontainer. Dann machen wir noch einen hier in die Ecke. Und einen da in die Ecke. Ich hätte doch Bänke hier hinten dran stellen können. Dass die hier an dem Häuschen stehen. Na gut. Aber man will ja schon auf so viele Bänke wie hier stehen. Man will ja schon drauf warten, dass da was kommt. Achso. Und dann kann ich jetzt die beiden Abfahrtstafeln hier noch anbringen. Da würde ich sagen, suchen wir uns den Pfeiler für aus. Und in den letzten Pfeiler. Gleich knallt es wieder. 4.000 Dollar gab es. Und dann haben wir die beiden Abfahrtstafeln hier dran. sehr schön. So. Halt. Muss ich mal gucken, was hier noch wollen. Zwei Uhren. Zwei Fahrkartenautomaten. No claw. Das kriegen wir hin. So. Fahrkartenautomaten. Zwei Stück. Die sind nochmal teuer. Und zwei Uhren. Dann nehmen wir hier diese seitliche Uhr. So. Okay. Dann nehme ich mich für die Uhr. Nimm ich eine hier und eine auf der anderen Seite von dem Pfeiler hier. Würde ich sagen. Machen wir hier eine dran. So. Dann mal ein Hühchen. Oh. Die geht sogar richtig. Oder? Die geht so richtig. Gucke. Ne. Geht eine Stunde nach. Ich habe es gerade fünf vor acht. Was jetzt fünf vor acht ist, oder fünf vor sieben, oder? Was die da anzeigen. So. Jetzt ist es natürlich interessant, dass wir die gleichen Höhen kriegen. Die zeigt nur wieder eine ganz andere Zeit an. Das ist natürlich. Aha. Gut. Okay. So. Und dann brauchen wir noch zwei Fahrkartenautomaten. Und die stellen wir einfach hier. Einen hier auf. Den müssen wir nochmal einmal wenden. Bitte wenden Sie. Wenn möglich. Jetzt. So. Und dann machen wir ihn hier noch hin. Und dann sind wir doch mit 100% fertig. Also. Wir haben diesen Bahnhof komplett fertig gemacht. Können dieses Level jetzt abschließen. Und können sagen. Jo. Wir wollen hier beenden. Wir haben hier alles hingekriegt. Und das Schöne an der Sache ist. Man kriegt am Schluss nochmal so eine schöne Kamerafahrt. Und das habe ich beim letzten Mal nicht gewusst. Und jetzt weiß ich es aber. Und deswegen wollte ich jetzt hier diese Kamerafahrt. Und das kann ich jetzt natürlich nutzen. Um ganz herrlich abzumoderieren. Ich hoffe euch hat gefallen. Wie wir den Bahnhof hier ja restauriert haben. Wie wir ihn aufgebaut haben. Und ich hoffe ihr seid auch beim nächsten Bahnhof wieder mit dabei. Wenn wir ihn dann. Ähm. Ja. Bauen. Oder renovieren. Und. Mir macht das Spiel sehr viel Spaß. Es ist im Early Access. Aber in einem sehr soliden Zustand. Also da habe ich schon wesentlich schlimmere Spiele im Early Access gesehen. Wer Lust an solchen Spielen hat. Achso. Guck mal. Den Container. Den habe ich jetzt gar nicht entleert. Und wieder verkauft. Schade. Da haben wir ein bisschen Geld verschwendet. Das sind so 600 Dollar. Die weg sind. Na ja. Gut. Okay. Ähm. Aber wie gesagt. Also da. Wer da an sowas Lust hat. Solche Spiele zu spielen. Kann ich nur sagen. Wenn ihr jetzt noch andere Pakete habt. Also wenn ihr dann zum Beispiel so ein. Nnennenыйыйный. K. Mechanic oder sowas habt. Dann könnt ihr das im Paket kaufen. Und kriegt das dann für knappte 8 Euro. Glaub ich. Und die ist das Spiel auf jeden Fall wert. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist es wert. Gut. Dann. Wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Habt noch richtig gute Laune. Vielleicht auch bei anderen Videos von mir. Teilt es gerne mit allen Menschen. Die ihr kennt. Und was wollte ich noch sagen? Ja, tschüss.